ist bald will ich gerade noch was von mir drin das sind das schönes da kommen sie wieder wieder meint es ist eine teleportation jawohl treibt einfach mal mit einer teleportation ist das denn das ist natürlich das ist natürlich nice elektro na und was stört mich jetzt nicht manchmal kann man sich nicht entscheiden was man mitnehmen ich bin gerade auch mit dem schild und schlüssig aber ich glaube ich nehme erstmal das mit mehr leben vielleicht brauche ich auch nicht obwohl ich teste das mit der supernora erst ich will eigentlich auch eine andere granate haben das ding dabei dann habe ich das ding die sniper kann verkauft werden ich glaube die kann die noch nicht mehr verkaufen kann ich hier gleich wegschmeißen aber das ist nervig wenn du waffen hast die du nicht verkaufen kannst ja dann pech ne ja ruhig kann weg auch neue skins kann weg auch weg weg wardorfhammer katzenauge exeinstellung ähm ich habe auch noch so eine ach ich habe davon gar keine mehr höll wirklich kohle verballern tun wir auch gerade gar nicht ne ne wenn wir nachher wieder spielen 29.000 kann das menü gerade nicht aufrufen 31.500 ich habe auch 30.000 gehabt eben ähm danke danke ich habe hier auch noch so eine granate implosion oder das hat hier auch nice feuer implosion implosionen sind eigentlich ganz geil nix neues von mir aus ja klar weiter let's go da müsste doch in die helios ja ich hätte eben gesagt jetzt kannst oooooh ich habe gesagt warte ja aber du hast gesagt jetzt kannst du und dann wieder warte ja ich hab grad ich hätte es dort hinten machen können ich habe nicht alle granaten gehabt du arsch ach brauchst du nicht du jetzt 5 oder 4 hast wie gesagt ich hab auch nur 5 mit rechnet vollkommen ach ne das nimmt er ja auch na übertreib übertreib sichern fresh fresh nicht nicht so fresh 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 nicht fresh fisch nicht schon wieder labert ihr die gleiche scheiße proposa 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 ich bin eine erwachsene frau und muss proposa sagen oh oh ich ich hehehe mann oder das viel schneller seht kann das sein hm hehehe hm so seien die töter fick dich alter aus den schaden man ich glaube in eine richtung gerade deswegen ja keine relibe tschüss hehehe press das wie lange wie das mit der fassertast anders construction jetzt auf der gegnerne gut gehabt darf ich im kopf der gegner zu beim markt sind wenn wir da immer aus sind durchgereist sind jetzt kannst du weitermachen jetzt kannst du mit den skills rumspielen der kopf im spiel ich will wieder in die wildnis ich will wieder rum fliegen können drei stück er läuft heute weil das ist mit euch denn los ja sicher genau er bringt erst mal so dass wir unterlevelt sind auch hätte sein können prinz mir eigentlich mein weg genau ich nehme mal die und statt die nämlich die eis mit warum hat die waffe schon so stark und fliegt granate such dir dein ziel das ziel gefunden ok mein mundstein jedoch bin ja so gerade am arsch der welt hier um die weihnachten ich bin oben lang gegangen ja die die egal direkt wieder he 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 also bis es ist nur wunders hey wir schaffen das doch was hast du denn weil du ein looter bist ja doch habe ich gleich komplett leer geschossen jetzt nichts wie hier nichts besonderes dann geht es weiter